er will kann ich gleich doch soll zeigen alter was gibt es denn für eine scheiße ein so schon wieder so und hier hier ist so eine Eisenhacke was blubber denn hier vier Stück leck mich am Arsch danke nix ich brauche hier erst mal ein Vorhut eine Vorhut da da ist Lava sehr schön welche Tiefe sind wir hier 11 sind da fast End of Map das ist schon ein bisschen gefährlich hier würde ich mal sagen quatsch und natürlich in einer düsteren Höhle wo ganz viel Lava ist und schmale Wege trifft die leise beruhigende Musik von Minecraft ein und ich habe Diamanten gefunden äh Dennis ich sag doch die Höhle ist cool Dennis komm mal her komm mal mit ich war noch nicht dabei weißt du ich buddel mich hier grad buddel hier so hier grad den Berg da ein bisschen ab ne jetzt komm mal her lass das scheiß Eisen liegen ich buddel mich da lang und dann sehe ich da hinten was ins Auge fallen Eisen könnt ihr ruhig mitbringen so viele Eisenspitzhacken wie ich hier verbrate einen Diamant zwei drei vier da oben ist noch einer wie viel hast du ein ich hab neun ja ich glaube wir haben zehn Diamanten können uns mit Diamantschlettern bewaffnen dank Dennis und können Frankreich in Schutt und Asche äh Quatsch England in Schutt und Asche legen ja wir legen in Schutt und Asche mit euch beiden als Verbündete gehe ich sogar davon aus dass wir in Schutt und Asche legen ja ich bin so verwirrt oh mein oh ja Dennis fall nicht in Lava äh hab ich nicht vor heute nicht wow ich geh hier weg eh noch mehr Diamanten ich geh hier weg ja irgendwie schon ach guck mal Redstone ja alles geninjert hier pass auf noch mehr Redstone brauchst du noch Fackeln boah aber klein ey was ist das für ne Höhle Leckfett ist echt nicht schlecht da guck hier da oben Josh da oben ist fängt die Mine an ihr seid jetzt aber in der Höhle drin wo man unten vom Ärmelkanal her ja ja ich hab mich ein bisschen runtergebuddelt auf einmal wusch lol ich hab die Mine da oben gesehen ja ich hab sie gesehen das ist nur eine kleine Mausspaste wieder rum ey lol ey guckt mal hier Josh warte ähm achte mal was sind hier los boah was geht denn hier los oh lol die Zungen schlagen uns die Tür ein hier da ist ein Lorna ey 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 was geht denn hier ab oh nein ein Skled ein Enderman da ist ein Zombie irgendwo wie sich die Zischen gehört Alter Dennis ja ähm what the fuck Alter was ist das für ein riesiger Lava warum ist das Bonerman in der Luft ich habe mich auch noch nie gesehen störe ihn ne du bist doch so ein Idiot nein ich möchte nicht sterben gutes Argument ich schließe mich dir an warte nein doch hm ältest die Kriper der uns eifer ignoriert ich möchte nach oben ne ich bin oben wie siehst du dahin Fledermaus oh wie ich jetzt dahin auf diesen Gang hochgegangen bin hier oh let's mir hier noch das Eisen mitnehmen oh leckt das Qualk auch gerade ein bisschen mh ja ich merke es halt nur weil ich gerade auf 23 FPS laufe jetzt nur wieder auf 29 ach fickt euch doch ach so Jan ich habe es jetzt auch auf 29 äh 97 gestellt hoff ich ja gut dann wird es ein bisschen einfacher für dich denk mal wir brauchen das ist eine Kiste und das sind oh leckfett ey das sind vier Diamanten drin ey ne denkt ihr euch doch gerade aus die ganzen Scheiß ich wette ihr findet Mist ja und erzählt die ganze Zeit nur Dennis ich hab 13 Diamanten ich möchte es langsam mal wieder nach oben wenn ich ehrlich bin weil du kannst n Jan fragen damals ich Diamant Hacke Hooray hab mich gefreut zwei Minuten später Yoshi 91 schreit zu Swim in Lava ja schon Standard deswegen ich möchte gerne Yoshi goes Enrage mehr als N-Rage mehr als N-Rage ach komm Schnauze alter nimm bloß nicht die Kiste mit oh mein Gott hast du schon wieder gefunden nein da ist alter wo bist du bei den Gift Spielen hier ist ein zweiter Gift Spielen ah ich seh das äh alter ich spiel den Spawner fennig ach die Dex Gold äh ne Dennis Dennis hier ist ein Mob Spawner schon wieder so ein normaler Mob Spawner Stefan das passt zwar überhaupt nicht ins Bild aber es ist notwendig wo denn da dein rotes Bandana oben am Haus The Union Check geh weg geh weg ich renn mal grad raus ne bitte ich renn mal grad raus yay das ist aber gemeint du hast es ziemlich einfach mit dem roten Kreuz das ist korrekt ich geh natürlich nur auf England ich lass Schottland und so weiter komplett weg ich werd nur Probleme haben einen grünen Frosch oben aufs Dach zu machen einen grünen Frosch ja wie wärs eigentlich wenn du das äh französische Königswappen nachbaust dafür müsst ihr erstmal wissen wie das aussieht mit diesen goldenen Lilien drauf ach das Ding ja das das weiße Teil mit den goldenen Lilien ich weiß jetzt nicht was er meint ich weiß was er meint können wir wegen mir machen ja ja mach du mal viel Spaß viel Spaß ey Josh bin schon Level 11 nur vom Farm jetzt ne ich bin auch Level 11 ich meine 13 jemand muss eigentlich in Kisten drin einen Sattel ne ich hab schon Eisen rausgefischt naja guck mal hier niederluter wieder kriegt das eine Art kriegt das eine Armschuh nur so Ding ins Nichts und dann dann hol ich mir die ähm vom ersten Teil von Hardoff 4 die Handschuhe dann ist die Seiten langsam wirklich nach oben gehen jep 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 ich brauche hier gerade noch den Moss Stone ab diesen bemosten Stein und dann ab aber ich will das hier noch zerstören weil ich hab das Gefühl da hinten ist wartet ne Kiste auf muss ich warte gleich erstmal ne Kiste zum safen den Diamanten und da oben ist noch Eisen ach ey lass lieber abbauen wir gehen noch mal hier rein dort läuft durch mit Weg da weil das lohnt wenn ich mich nicht weiter zu fahren was soll ich ja was ist denn das wenn wir das verlieren Stefan Köpft uns wenn er das mit das ist alles stimmt alter nein ja wenn ich sterbe ist das irgendwie egal ich hab nur ein Diamant ich hab 3 17 und er hat mich meiner Frau sagen dass die im nächsten Welt kein gut kriegt so jetzt bin ich die Eingepunkt also ich bin sicher wo bist du ich bin beim Obstbohr in der Eier in der Ecke der Name nicht politisch wird es mir einfach gerade aus äh das ist das ist nicht empfehlenswert hallo Dennis er war okay ich sehe schon wenn ich irgendwie noch Sand und Glas aus aber glasig oder wir sind das sicher ja aber warum die Tee bei der Village ist schon mein mein Kuchen ich würde sagen wir bauen einfach nach oben das richtige Mann hier mit Kies zu also sehen hier geht's raus doch jetzt gar kein Holz haben Was machst du? Geh weg. Du hast doch gleich ne Treppe bauen. Hast recht. Wie tief sind wir denn? Ah, ich darf einfach drück mal bitte F3 und sag mir mal den Y.